wir sind zurück im wald herzlich willkommen bei der spieldiagnose heute wieder mit der forstwirtschaft dabei sind medlex und frivill so und ich habe jetzt gerade mit unserem lkw das hakschnitze weggebracht und wir fahren jetzt in unseren kleinen wald hinein der wald befindet sich zwischen feld 40 und der bga und ja wir verarbeiten jetzt gerade mal ein paar baumstämme die wir jetzt gefällt haben da wollen wir mal ein bisschen noch mal ein bisschen action noch mal zeigen wir zeigen den hexern noch mal in aktion den ponze scorpion zeigen wir in aktion den ponze buffalo zeigen wir in aktionen frevel zeigen wir in aktionen medlex zeigen wir in aktionen ich stehe einfach in der gegend rum und macht nichts also wie immer gerechte arbeitsaufteilung richtig richtig ich meine ich bin ja hier der der große führer und dann also kim jong floh und so der wo nie was macht der wo nie was macht genau so man sieht ja auch schon die arbeitende bevölkerung hier im wald fahr ich mal ganz langsam vorbei und winkt den gleich mal moment thermomaten erstmal runter stellen hier so ja ich glaube mit 3k mark haben wir ganz gut vorbeifahren so sie gut aus was sie dann macht doch doch im wald darf man schritt tempo fahren ja auch noch egal sind hier in nordkorea hier dürfen alles so also zumindest habe ich alles in nordkorea darfst du gar nichts als diktator kim jong floh darfst du schon alles da ja okay der rest dann nichts aber das ist ja nicht so schlimm aber nordkorea ist schon noch ein land ja wo unter oder überhaupt nichts darfst die haben ja nicht mal internet das stimmt tja und habt ihr habt ihr schweiz schon ein bisschen besser ne wenigstens schon internet doch haben wir auch und was für welches das ist das finde ich immer so cool ich kann immer in deutschland auslachen weil er nie wirklich das internet hat und irgendwie immer nur telekom oder sonst was und nie ist jemand zufrieden haben irgendwie noch nie jemanden gesehen weil mit dem deutschen anbieter zufrieden ist ja das problem ist aber wir deutschen sind generell mit einem unzufrieden da würde ich jetzt in deutschland wohnen man wird die internetanbieter angucken oder wieder ausziehen wieso ihr bei uns hat jedes ding also jede region sozusagen immer unter der leitung ja in deutschland fangen die auch an mit leitung aber die schweiz ist auch erst noch ein bisschen kleiner von mir ist man nicht so hoch verschuldet ja das ist ja auch klar jetzt ja die ganzen schweizer nummern konnten und so das bringt er ja geld zu euch richtig genau deswegen seid ja nicht verschuldet ist das andere zeit mal einschieben ja jetzt mal so also siehst du Freire und da wollten Baumstamm den Berg runter und in was für einer Wahnsinnsgeschwindigkeit altstopp allgemeine Verkehrskontrolle allgemeine Baumkontrolle sie haben getrunken ich habe schon wieder nebengegriffen hier siehst du es kommen aber wenn ich mich nicht auf die Arbeit nicht konzentrieren dann läuft ihn das gefährdet die Arbeitsfreiheit Schweizer ja die gefährden sowieso die so Rinder mit dir hier der Stamm will heute nicht so wie ich möchte so Moment oh 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 ich habe ein bisschen Angst dass er über meinen Kopf hinweg schwebt so mal rein drücken hier hallo na vielleicht nicht ja auch das sind wieder Probleme in der Forstwirtschaft oh ey Junge Mist Entschuldigung ich guck jetzt mal für Nachschub wir haben noch ganz schön viel eigentlich noch da muss Madlack schnell arbeiten aber wir haben nichts mehr zu tun das Problem ist dass die Baumstämme sich hier gerade in den Hexer nicht ganz so rein wollten wie wir es wollten und je mehr Stämme jetzt hier rumliegen desto mehr wird es lenken na oh ja ok der passt so ich bin da nicht irgendwie Tisch davor der Tisch ist neu das ist schon neu ne ob es noch eine Verlängerung gibt oder so das ist ja schon ein modifizierter Häxer mit einer Verlängerung ja aber wir bräuchten vielleicht noch mal eine Verlängerung das ist ja vielleicht ganz sinnvoll also so einen normalen Tisch bräuchte vielleicht noch mal kommst du an? ne ne? ne na ok dann nehme ich den hole ich den gleich versuche jetzt erstmal hier den Stamm na weil ich muss ja einfach noch andersrum drehen dann das wahrscheinlich genauso gehen so ah jetzt zählt ich den rein sehr schön oder? naja leider nicht ich weiß zwei gegen einen ist unfair findest du ja ungerecht zwei gegen den diktator ist und für alles andere ist erlaubt auch einer gegen den diktator ist schon unfair ich kümmere mich so liebevoll um mein volk ja wir müssen den tag anbeten ja nicht jeden tag jeder zweite reicht auch so hallo langsam wird es hier im wald wieder hell wenn die ganzen beiden weg sind das erfreut den diktator das werden wir hoffen untertan was freut uns hier untertan was so ja was warst du mit dem irgendwie so da muss ich aber zeigen wie es hier geht was soll er zieht sich jetzt schon ein ok müssen ja noch mal ein bisschen sägen schön auf dem hexa hier so wird mir hier noch so einen geraten platz wünschen wo die baumstärme mal nicht wegrollen ja das ist wirklich ganz schön siehst du einmal kurz durchschneiden den baumstamm also wenn er den mobilen hexa nicht rein will dann wir kennen sie einmal damit durchschneiden meistens muss jetzt dann auch wie gerade gesehen haben so dann fahr ich mal auf die andere seite rum damit medlex besser arbeiten kann auf der ecke da im baumstärme kann man wieder zusammen nehmen ja genau wie jetzt gerade bei die wohl jetzt gerade mehr wir schnappen die du jetzt hier gebracht hast das geht aber übelst schnell eigentlich wenn man nachher bedenkt was man da an ausbreite bekommt meint sein geld meint ausbaut ist geld ja also für für das für die hakschnitze da auch was man für ganze bäume bekommen werde ja das ist schon ein bisschen tippen finde ich das ist auch mal versuchen was den ganzen baum zu verkaufen also mal baumstämme zu verkaufen wir haben ja so long trailer noch in lkw ja klar kannst du ja aufladen ganze baumstämme oder ganze bäume wir haben schon mal gemacht also es bringt viel zu viel geld ich glaube für den ganzen baum gibt es im video 70.000 oder so also ist ein bisschen aber auf der schwierigkeit stufe einfach oder schwer war schwer ja ich dann meinung ja das dann wirklich ich meinte bei schwer kriegt mal 20.000 ach so ja gut aber selbst das ist für ihn noch ein bisschen zu viel dann kriegst du wahrscheinlich auf mittel kriegst du wahrscheinlich 40.000 und auf schwer dann eben die 60 70.000 je nachdem wieso leckt das jetzt hier so mit den baumstämmen am server liegt es nicht eindeutig in den baumstämmen frevel hör mal bitte auf baumstämme jetzt zu fällen ja ich mach die hier noch fertig was der morgen noch hat im selbe zusammen ist leckt einfach viel zu stark ok jetzt geht's wieder ist es aufgehört ja dann magst du dich daran das ist wahrscheinlich am schneiden ja das ist jetzt einfach zu extrem also du kannst aber sonst noch eine zweite fräse holen theoretisch baumstammfräse ja nein reicht doch wir werden noch mit zwei hexern aber mit also mit mit zwei jenzen ah du meinst so eine hexer wäre auch eine möglichkeit dann kann nämlich einer könnte die ganzen baumstämme vor die hexter werfen und dann würde man zu zweit die hexter bedient ist einer schon ausgelassen ach so wie jetzt jetzt wäre ja wieder platz ich denke einer genügt jetzt vorläufig oder ja ja und ich meine nur falls du nichts zu tun hast ja ne ne ich hab hier unten guck auch alle handvoll zu tun ach da so ja schon bläser gerade auf ja hast recht ja nun leider wollen deine baumstämme nicht so in meine zange rein das ist das problem und die zange vom buffalo ist leicht verpackt beziehungsweise ist man ganz schön und damit willst du andeuten dass meine einwandfrei funktioniert ja so fast also zwar auch nicht einwandfrei wie ich gerade sehe aber du arbeitest halt einfach äh besser das ist das was ich damit sagen wollte man dann noch so eine frage an die community wir haben uns mal überlegt ob wir vielleicht einen community server für euch eröffnen würden wo wir dann auch immer alle zusammen drauf spielen was würdet ihr denn davor halten und das wünscht ihr auch darauf das kann ja gerne mal in die kommentare schreiben ja also community server am besten ohne forstwirtschaft forstwirtschaft wird es dann wahrscheinlich nicht geben wenn dann nur zu speziellen events das müsste man dann auf das nächste patch erst mal warten bis die forstwirtschaft dann einwandfrei funktioniert also wie wir es jetzt machen aktuell ist es jetzt zu dritt hier auf dem server ist es äh schon chaos nee chaos nicht lex das wäre so schlimm keine keine schlechte idee da würde ich mich auch mal blicken lassen ein bisschen winken oder so am ende des waldes hallo deinem gemeine volk bei der arbeit zu schauen richtig genau fehlt nur dass man reis anpflanzen kann das nochmal schön los aber pflanzt reis kommen ihr noch als mehr als für die maßen also ich finde wenn ich mich ich finde die lieben die begreifen von konzern wo es echt noch verpackt also muss ich überhaupt nicht das Gefühl mit dem soziale Schäuble auch wenn eine Baumstimme überarbeitet ist aber ich habe auch mal deine er hat der vorigen Let's Plays naja du bist ja mal du bist ja mein Video kannst ja noch mal angucken dann siehst du was ich meine wir gucken jetzt nach der Aufnahme mal an läuft der Hexler weiter nein du kannst aber auch gerne tauschen wenn du möchtest Madlex kann ich bei der Baumstimme jetzt also irgendwann die nicht reingehen ja mach ich sofort das kann ich gut sägen kann ich ich komme mal eben mit dem Liebherr in den Wald gefahren und warum wir mit dem Liebherr in den Wald reinfahren sehen wir im nächsten Part wie sagt eure Kommentare eure Likes eure Abos motivieren uns weiterzuarbeiten genau und ja wie gesagt Community Server steht im Raum wenn sich genug Leute finden die Bock drauf haben dann werden wir uns auf jeden Fall mal anleiern ja wir freuen uns bis zum nächsten Mal Tschüssikowski Ciao zusammen mit dem mit dem Machen mit dem mit dem